So, wo war jetzt die... Boah, ist er ein Idiot. Ich will doch dann die Nummer rein. Wo war denn die nächste... Ah, da ist die nächste Flagge. Sind wir schon durch? Yeah. Aber das war ja ganz okay eigentlich. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Komisch. Wie hab ich das denn dann hingekriegt, beim letzten Mal immer so oft gestorben zu sein? Äh. So. Soll ich was sagen? Diese Episode ist gleich abgeschlossen. Und dann war's das für heute, erstmal. Was ist das? Ja, da war's. Soll ich es jetzt noch. Soll ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf Wikipedia steht, der über einer Höhle angebracht ist. Aber ich glaube nicht, dass es eine Höhle ist. Ich glaube, dass es, naja, man weiß es halt nicht. So, wo ist jetzt unsere... No, ja, alles im Arsch. Wo ist jetzt unsere Betonmauer? Oh, ich glaube, das stand gerade da. Ne, Bierdose. Wie kommt hier denn da mal Bierdose hin? Ohne Sinn. Äh... Ach so, ja, klar, Konserven sind, glaube ich, weniger wert als Bier. Hier war 25 Dollar wert, glaube ich. So, wo haben wir denn unsere Betonwahn jetzt? Sieht man gar nicht. Hier ist wahrscheinlich genau dahinter. Na ja, wir müssen den Computer hier bedienen. Kleiner Test. Kleiner Test. Tor verhaltet sich zu rot wie 394 zu 493. Schwanenstationen, Ping senden, Stationsstatus prüfen, Reaktor neutralisieren. Fangen wir doch erstmal Ping senden. Komm. Oh mein Gott. Stationsstatus überprüfen. Gucken, was er dann sagt. Station einsatzbereit, Team einsatzbereit, Kommunikation einsatzbereit, Prüfung, okay. Das sieht aber nicht so aus. Reaktor neutralisieren. Los geht's nicht so aus. Da steht noch erraten,EN- Jobs ran, musst du mit? J-J-J. oh mein gott so das war die fünfte episode die sechste gibt es dann morgen oder übermorgen und die siebte natürlich auch und dann ist das spiel schon durch ich sage ja sehr kurzes spiel und danach geht's ab bisher bei lost suite 42 hotel per se von hier heute abend savo macht das geschäft ich bin schon so lange hinter savo her zusammen kommen wir an den wächter vorbei in sein zimmer und können fotos machen das bedeutet heimweg oder ich habe eine befürchtung ja nein wir müssen oh shit wir müssen das morgen machen jetzt denkt ihr was ja das was morgen wegrennen aber diesmal in einer anderen formen in einem hindernislauf ich hasse das da hat sich richtig oft ab und die zeuge sein ja jetzt geht's los rutschen lehrtaste und genau und springen eingabe oh ja das ist geil lauf du stück scherze lauf oh mein gott oh mein gott oh ruckel ruckel oh shit nie geht's weiter fallen kommt immer näher das Viech und nicht zu nah an die dinger ran dann was leiden noch das war's ganz geschafft das war's so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020